Hängt der Bildschirm nicht? Jetzt geht es weiter. Ne, der Bildschirm hängt nicht. Ich war am überlegen, was ich überhaupt tun wollte. Okay. Ich habe so überlegt, so... Ja, nein, ja, nein, ich bin überfordert. Genau so war das gerade. Wisst ihr, was gerade in Tims Kopf vorging? Das hier. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Nicht mehr lustig. Zu ausgelöst. Kann man aber immer wieder benutzen. Genauso wie... Ja, ich weiß. Hier, Blume. Voll gut, ich troll dir immer. Die sagen immer, ich hätte gerne einen Ehering, denke ich. Und dann immer so, bling, ne Blume. So, jetzt zeige ich mal eben. Standen schon auf dich Kerle? Auf mich stehen voll viele Kerle auf. Auf mich stehen auch voll viele Kerle, diese ganzen Schwulen. Und die dann immer so zu mir so, äh... Ich schätze, ich hätte gerne einen Ehering. Oder sowas. Gott. Warum hat der auf einmal wieder Smaragde? Ja, der kriegt keine Lieferung. Nein, kriegt der nicht. Alle acht Tage, aber eben stand da keine Lieferung. Ja, und jetzt schlaf mal 16 Mal. Und dann kannst du richtig absahnen, Alter. Absahmen. Soll ich das mal machen? Ja, mach mal, Alter. Nein, bitte nicht. 16 Mal schlafen? Ja, dann hat er wieder neue. Und dann kannst du wiederkommen. Aber dann vergehen so viele Tage im Spiel. Ja, dann musst du wieder steinen, Alter. Du hast mega viel Geld und dann machst du dich wieder jung. Alter. Jetzt hast du 156. Aber der gibt dir sehr wenig dafür nur. 317 Profit, das ist zu wenig. Normalerweise müsste das ungefähr 600 Profit geben. Der sucht im Moment auch keine Smaragde. Merkwürdig. Diamanten 71. Guck mal, da habe ich 617 Profit. Ja. Kauf mal die Smaragde. Wieso sind die Smaragde bei dem so günstig? Wieso will er die nicht? Ja, scheiße. Der will die nicht haben, die Smaragde, weil der welche hatte. Weil er jetzt wieder welche zugeliefert bekommt. Ihr habt das schwer zurück in die Unterwelt geschickt. Wenn er nichts davon zugeliefert bekommt, dann ist das wieder was anderes. Dann kriege ich da wieder mehr für. Richtig. Wie viel hätte ich denn dafür bekommen eben? Menge. Ja, okay. Dann werde ich jetzt einfach mal 16 Mal schlafen. Und Yoshi zählt mit. Hast du jetzt die Smaragde ihm wieder abgekauft? Jaja. Okay. Der darf keinen Smaragde haben. Sonst kriegt er auch keine neuen geliefert, ne? Ist klar. So, dann pennen wir jetzt einfach mal 16 Mal. Äh, ja. Wir haben 9.999.999. Also ich glaube, wir haben jetzt genug Geld, um mich für ewig jung zu halten. Umikusa. Ata, ata. So, was habe ich vor? Nach Not All Glade und endlich mal wieder der Story ein bisschen folgen. Weil in der letzten Folge sind wir ja nur rumgerannt und haben unnötige Sachen gemacht. Und deswegen geht's jetzt mal storytechnisch ein bisschen weiter. Ach, doch. Und dieser Typ sagt nie, wenn er die Aufnahme wieder startet. Doch. Man hört es doch. Hier. Hier. Ich, ich frage immer so, seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Was macht Tim nicht? Tim macht einfach so, bla bla bla. Da sind wir wieder. Ja, und ihr wisst doch dann, dass ich dann, ne? Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ich weiß. Wenn ihr danach verschwindet. Wir beide wurden einst Könige der Arena genannt. Aber es gab früher viele Helden, die ein Anrecht auf den Titel hatten. Ihr solltet im blutigen Staub der Arena suchen. Es heißt, die Seelen vergangener Champions würden dort sputen und die Städte ihrer größten Siege heimsuchen. Geht. Falls ihr mir nicht neben allem anderen auch noch meine Seele nehmen wollt. So, und jetzt speicher ich hier. Denn ich will mal gucken, auf nem neuen Spielstand sozusagen, ob es möglich ist, wenn ich Donner töten würde. Also das mache ich nicht jetzt, das mache ich später mal. Deswegen speicher ich das jetzt. Äh, wenn ich Donner töten würde, ob ich dann in die Dämonentür rein käme, theoretisch. Ob das als Match gegen Donner zählt. Aber das mache ich nicht jetzt. Denn jetzt gehen wir zur Arena. Und du weißt, in der Arena muss ich jetzt gegen viele Untote kämpfen. Das heißt, ich kann meinen Kampfmultiplikator ziemlich hoch kriegen. Äh, muss man in der Arena jetzt noch kämpfen? Ich glaube nicht. Äh, ich glaube doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, oder? Ich glaube nicht. Weil man nicht in die Arena reinkommt, sondern in diese Halle da. Wo die ganzen Statuen stehen. Ich glaube jedenfalls. Nein, ich kann mich so erinnern, dass man in so eine Zwischenwelt geht. Okay, ja dann. Ja doch, du kannst auch recht haben. Bin mir nicht mehr ganz genau. Wo ist denn Arkons Rüstung? Ach da. Da hast du verkauft. Kann ich theoretisch verkaufen. Ja, super. Bei 18.000 Gold, wenn du 9.000.999.000 w 21��� aus deles. Nein. Was? Nein, nicht AWOS-Tempel, sondern AWOS-Tempel. Ach ja, AWOS-Tempel. Stempel auf AWOS. Schafft die Xbox nicht eigentlich 60 FPS? Ja, aber die TV-Karte nicht. Die AFA Media schafft 60. Nein. Da muss ich dich leider enttäuschen, die AFA Media schafft keine 60 FPS. Das ist mein... Ja, natürlich! Klar! Aber natürlich, mein lieber Johann. Halt die Schnauze! Und oh Wunder, jetzt wird es schon wieder so spannend mit dem Spenden. Den-den-den-den-den-den-den. Also immer 2 Millionen, ne? Obwohl, dann könntest du nur viermal spenden, weil du da nicht mehr genug Geld hättest. Ja, Alter, rechne mal viermal sieben. Äh, wieso sieben? Achso, ja, viermal sieben, das sind, äh, 28. Genau, und ich rechne mal 51 minus 28. Äh, das weiß ich nicht, das sind, äh, 23, äh, nein, 13, nein, äh, ich weiß nicht, 23. Ya, wieso sind die Garifte? Äh, aber nein, aber ja, aber, ja. Wir werden sehen! Wir werden sehen. Wir soeben. Ich hab ja meine unendliche Goldquelle, ne? Aber ja, aber nein, aber ja, ne, aber ja, ne, aber ja, nein, aber ja, nein. O nein, mal gucken. Ich weiß ja auch nicht wie viele Jahre eigentlichileser machen. Wie viele Schlangen haben... Eine Schlange?! Wie sollte ich denn halten, Klopfen? was war ich so unnötig nur und ich glaube ich jetzt auch 100.000 ob ich jetzt scheiße ich habe mich bei den Stellen verkauft die Kloppe die Kloppe ich will doch keine Schläge mehr am ganzen Satz die Brüste machen was du willst da hat der Brüste dann will wir keine Brüste nehmen oh mein Gott Andy wie bist du denn auf den Baum gekommen? bin gefallen off topic aber ich mach sowieso gerade wieder nur Langeweile ja eben und wir pippen die Langeweile auf warum warst du angehalten denn du brauchst 2 Millionen das war ein Versehen jetzt sagt er gleich so Not enough cash die vom AWO Stempel müssten jetzt eigentlich richtig reich sein schon vom AWO Stempel stell mal vor wie viel ich den schon gespendet habe ich finde das witzig dass das perfekt widerspiegelt was das Ziel einer jeden Kirche ist einfach nur dem Gläubigen das Geld aus der Tasche zu lösen ja ne ja bei mir wollten sie pro Monat 50 Euro haben äh ich bin sofort aus der Kirche ausgetreten als ich meine Ausbildung durch hatte musstest du für die Ausbildung in der Kirche bleiben äh nein aber danach erst hab ich auf der Ausbildung bezahlen ja deswegen hab ich mich erst danach nicht gewollt ich weiß es ist ein bisschen doof aber und ja ich will ne gerade Summe spenden aber nein weil wenn ich jetzt ne gerade Summe spende dann hab ich danach noch mehr weißt du weißt du weißt du weil sie denken 480 noch runter und und bam so weit wo soll ich 400 2 Millionen 1 spenden alter Mauer der Wills so 2 Millionen dafür müsstest du ein paar gute Punkte kriegen auch wenn die das nicht verbringt so jetzt bin ich mal gespannt nur 32 gute Punkte wenn ich jetzt nicht jünger geworden bin dann fuck ich mich richtig krass ab ich sag das für nichts aber holy shit 54 vergangenen Spieltage warum bist du nicht jünger geworden normalerweise muss man auch jünger werden dann ich bin einfach mal 5 Millionen jetzt aber alles umsonst was du gerade gemacht hast so ziemlich die ganze Scheiße mit dem Diamanten sammeln und dann verkaufen und dann die Typen haben gesagt 2 Millionen ja äh aber was Tempel äh oh my god immer werden vielleicht muss man auch bei dem anderen Dingsbums spenden für Skorms Kapelle Alter wie kann man jung werden einfach bei diesem Tempel von dem guten oder dem bösen Gott und wenn ja wie viel brauchen die denn so es soll da einen Trick geben angeblich wird man einmal verjüngt wenn man in Abos Tempel spendet aber fair so viel dass man den Centius bekommt hast du gemacht wenn man jetzt während des ersten Quests dort Archäologe dort spendet verjüngt wird so speichert man auf Heldenspielstand wenn man nun den gleichen wieder lädt steht man wieder am Anfang des Quests und kann nochmal spenden und verjüngt werden dann speichert Blahla okay Blahla was kommen muss man die Grundhaltung nur 96 Bogen Hallo Leute muss ich Opfern ne jetzt ringen die wie auf Skorns Scheißbogen ey boah so heißt es kann nicht mehr verjüngt werden WTF so hey irgendwie habe ich das Problem mit dem Jünger werden immer wieder neu gelandet aber mir steht immer noch im Helden Status dass ich so alt bin wie am Anfang auch direkt nach dem Spenden und Neuladen was mach ich falsch zu wenig gespendet müssten so um die 30.000 sein dann werden es 5 bis 10 Jahre Leute schon richtig erklären man wird durch Skills auch älter du musst richtig viel Kohle haben also quasi du musst so oft spenden gehen bis du voll geskilled bist da du durch die Skills immer älter wirst musst du zu den Tempeln dich wieder verjüngen wenn du alle Skills hast wirst du nicht mehr altern und musst dann dementsprechend nicht mehr spenden Kohle ist halt der Knackpunkt ja das hilft sehr weil da ja auch steht wie viel man spenden muss wow ein Abo Tempel Kohle futsch? Fragezeichen ich liess mal ähhhhh uch stimmt das war eine Sache die ich nicht bedacht hatte dass man immer älter wird wenn man skillt das heißt ich muss mich erstmal so hoch skillen wie ich geskilled werden will und dann kann man ja spenden boah wie asi ist das denn? nein und dann lohnt sich das erst weil du ja sonst wieder älter wirst wenn du danach wieder skillst also ich habe jetzt schon warte wie viel sind das? ich kann nicht zählen 220.000 in den scheiß Brunnen gefeuert bin gerade mal 5 Jahre jünger geworden hab zwar den Titel Paladin aber nicht von einer Waffe oder desgleichen ich dachte man könnte wieder so knackige 25 werden wenn man genug reinhaut was mich auch wundert ich habe in dem Tempel einmal ca. 55.000 reingehauen war dann plötzlich 58 Jahre dann habe ich neu geladen und hab mal 120.000 auf einmal gespendet und dann bin ich plötzlich nur um 5 Jahre gejüngert ich kapiere das ganze überhaupt nicht kann mir vielleicht irgendjemand sagen wie ich wieder jung werde und die ätzende verrunzte Haut endlich los werde man sieht ja die Tattoos schon gar nicht mehr ich schließe mich meinem Vorredner an jünger bin ich geworden das mit dem schwankenden Jahresreduzierung soll normal sein aber was soll's man altert ja doch wieder und als wilder Opa von 65 bleiben alle Attribute stabil das Aussehen ist doch wurscht den Titel Paladin habe ich auch aber die Waffe kriege ich nicht selbst wenn ich 65.000 Gold auf einen Schlag löhne und mehr ist es mir nicht wert soll die Quest doch unerledigt bleiben dieser Abo ist doch nur ein scheinheiliger geldgeiler Sack wenn was gerecht wäre die vielen guten Taten der Maßstab wären hätte er mir das Ding schon längst schenken können bla 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 Guck ich habe mich jetzt geskillt und bin vier Jahre älter geworden ich will auch jünger werden weil es keine verflixten Tempel rechnet wie viel muss man spenden um jünger zu werden bla 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 das geht einfach nur nach dem Zufallsprinzip hab beim ersten Mal eine Münze gespendet und wurde gleich fünf Jahre jünger oha wie gemein ich spend immer viel und nichts passiert mehr naja danke spenden Reihenfolge in Avos Tempo äh Avos Tempo Avos Tempel alles Werte sind richtig hängt alles von eurer Ausrichtung ab zuerst 50.000 dann 16 bis 20.000 dann 50.000 Seite 2 wenn ich das richtig verstehe ist das tut wenn ich das richtig verstehe verstehe wie in meinem vorigen Post schon erwähnt läuft das ganze nach dem Zufallsprinzip ab vielleicht ist das wie bei Skorns Bogen um 12 Uhr wenn der Strich da Tage und Nacht so trennt bla 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 dann spenden dann kriegst du die Waffe und den Titel hab beide schon das ist alles Quatsch es hat nichts mit Zufall oder Gesinnung zu spät mit Gesinnung schon naja ok also auf deutsch gesagt keiner weiß was da genau Sache ist niemand weiß es hundertprozentig hier schreibt einer habe inzwischen so an die 180.000 Gold reingepferd und das einzige was ich bisher bekommen wollte war der Titel Paladin der Brunnen ist der reinste Quatsch aber mal wirklich man muss genau um Mittag 45.000 Gold auf einmal spenden dann bekommt man den Sentinel 500 Damage stärkste Waffe im Spiel Schwachsinn 500 Damage schwimmen wärs Alter was reden die da für einen Müll so ein Quatsch der Sentinel zieht nicht 500 ab Guck mal ähm woran er kann man genau dass es Mittag ist ey guck mal Körperbau 7 Gesundheit 7 Zähigkeit 7 Tempo 7 Zielgenauigkeit 7 und Achtung körperlicher Schild auf 4 gemaxed ja aber jetzt fehlt mir nur noch was ich noch machen will ist die Zauberkraft boah hast du noch viel zum scalen das ist so sau äh ich will auf jeden Fall den göttlichen Zorn noch auf voll bringen den Mehrverschlag mach ich als nächstes auf voll die Zauberkraft will ich noch auf voll bringen und naja List eigentlich nicht aber ich will Zeit verlangsamen noch auf voll machen die haben ja zum Glück alle nur 4 die muss man ja alle nur auf Stufe 4 bringen also die Leute hier schreiben wenn man Leute beim ähm bei Skorms Kapelle opfern würde dass man dann auch jünger werden würde dann wird man aber bös Hell yeah und dann muss ich dagegen wieder bei Avos Tempel spenden um wieder besser zu werden du siehst also es bringt nichts und wirst dein Charakter nicht mehr jung kriegen es sei denn du würdest einen extremen Aufwand betreiben was total schwachsinnig ist ich glaub mein Charakter war am Ende knapp 100 ne du kannst maximal 65 werden aber ist ja auch real wir machen dann jetzt die Arena ja Welcome to The Elder Scrolls ich meine schon die ersten Leute entgegen und hier sind Tote Tja war wohl nix mit man kämpft nicht ne he 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 ich hab das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt und äh nicht so weit wie ich momentan wieder bin deswegen weiß ich's nicht äh Tim ja die Capture Card schafft 60 FPS richtig die H727 ja wie das denn äh steht erstens online und ich hab's gerade mit der Playstation ausprobiert Lauf Lauf du euer Lieben diese Dinger sind in den Zellen aufgetaucht und bringt ihr alle um ok Tim komm willst du das Last Player nochmal von vorne anfangen um die restlichen Bands zu löschen nein Spaß genau alles auf 60 FPS aufnehmen jo na entweder schafft die Xbox nicht zu 60 FPS oder fehl Xbox würd ich mal spontan tippen richtig he 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 ich hab das falsche Schwert ausgewählt ich hab das falsche Schwert ausgewählt und zwar will ich eigentlich dich mach den Stock mach den Stock Prozent der hier denken sie gleich schon wenn ich irgendwie 30.000 oder 40.000 aber so die Tränke nehmen glaube ich es sei denn ich komme wirklich in der Arena jetzt so richtig hoch noch dann natürlich nicht nur viele Tote hier rumliegen Edeltraut richtig krass siehst du das Edeltraut was redest du da Edeltraut o Edeltraut du hast ein saugutsgroß obaut wie kommt es das so jetzt habe ich die beiden mal rausgeschmissen wir wollen ja ein bisschen hier die Stimmung bewahren